Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüsse Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 9. Juli 2024. Konversation statt Konfrontation, so lautet die Devise des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, der gestern Montag einen weiteren Überraschungskuh gelandet hat, und zwar im Wortsinne gelandet hat, denn er ist gelandet mit seiner Militärmaschine in Peking. Ich war dann nicht mehr dabei, ich muss mich ja auch um meine eigene Firma kümmern hier in der Schweiz, aber er hat also weitergemacht auf seiner Friedensgrundlagenarbeitsinitiative, auf seiner Verständigungsinitiative, auf seiner diplomatischen Offensive, um hier eben das Pack-Eis aufzuknacken, die Gespräche wieder in Gang zu bringen. Und es ist ja schon sehr speziell, um es mal etwas zurückhaltend auszudrücken, dass Sie da in der Europäischen Union und auch in vielen Zeitungen, wobei vielleicht, wenn wir da heute Morgen in die Schlagzeilen schauen, dreht schon ein bisschen, wie Sie da nur Ceter und Mordio rufen können, dieses Kollektiv-Gemecker aus Brüssel. Man hat es ja erwartet, man hat es ja kommen sehen, aber trotzdem entlarvend. Konversation statt Konfrontation, das ist offensichtlich nicht erwünscht am Tag des Beginns des NATO-Gipfels, 75 Jahre NATO in Brüssel. Da darf man sich ja die Frage stellen, ist die NATO noch ein Friedensbündnis oder ist sie eigentlich ein Bündnis des Unfriedens geworden? Immer mehr Leute scheinen dieses Gefühl zu haben, wenn sie die vier Buchstaben NATO hören. Viktor Orban also mit einer weiteren Etappe auf dieser Friedensmission, die in den Medien mit wenigen Ausnahmen, wir kommen darauf gleich, mit Häme übergossen wird. Übrigens auch in der Schweiz interessanterweise, mein Eindruck, die NZZ, die von mir ja hochgeschätzte NZZ, bei der ich auch lange gearbeitet habe, die entwickelt sich immer mehr zu einer Propagandawaffe, zu einer Nahkampfwaffe, der Transatlantiker, zu einem Instrument des geistigen Luftkriegs, der NATO gegen Russland, gegen den Osten. Man ist mittlerweile komplett in dieser Konfrontationsstellung drin. Und alles, was da Zweifel anmeldet, was Kritik hübt an diesem neuen Kalten Krieg, das wird in der NZZ gnadenlos, gnadenlos auseinandergenommen. Jetzt hat es auch den deutschen General Harald Kujat, AD, General AD Harald Kujat getroffen. Offenbar gab es einen Eklat zwischen einem NZZ-Journalisten und dem ehemaligen NATO-General, weil der NZZ-Mann behauptet habe, er gibt uns da eben nicht so genaue Auskünfte, dass es da in Istanbul 2022 zwischen der Ukraine und Russland gar keine Einigung gegeben habe. Das ist ja sozusagen das neue Thema jetzt der Neuen Zürcher Zeitung. Es hat ja gar nie eine Friedenseinigung gegeben, weil natürlich das unmöglich ist, das darf gar nicht sein, dass ein Putin hier einen Friedenskompromiss in Aussicht stellen würde. Das passt ja überhaupt nicht in das ideologische Bild. Mit dem haben sie offenbar den Harald Kujat konfrontiert und der soll daraufhin das Gespräch abgebrochen haben. Das ist die Darstellung der Neuen Zürcher Zeitung. Nun, die NZZ scheint da ganz genau Bescheid wissen zu wollen und Bescheid wissen zu können. Allerdings, ich erinnere mich, der Chefunterhändler der Ukraine hat damals selber gesagt, eine Einigung sei im Grunde vorhanden gewesen. Also neuerdings wissen es gewisse Journalisten sogar besser als die direkt Beteiligten. Was sind die Schlagzeilen heute Morgen? Frankreich in Deutschland das grosse Thema, sowohl in der FAZ wie auch in der Welt. Frankreich wird ins Mittelmass absinken, wie das historische Patt das Land lähmt. Als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, ist Frankreich nicht schon längst unterhalb das Mittelmass abgesunken? Sind die immer noch über Mittelmass, ich lese ja nicht sehr erspriesliche Nachrichten, was die Wirtschaft angeht, aber offensichtlich ist man da immer noch von einer gewissen Restzuversicht beseelt. Dann ein wichtiges Thema in Deutschland, das die Bürgerlichen beschäftigt und auch irritiert. Es gibt jetzt, oder soll es geben, einen Steuerrabatt für Ausländer und damit will der Wirtschaftsminister Robert Habeck die grosse Fachkräftelücke schliessen. Also eine neuerliche Migrationsoffensive wird dadurch durch die Ampel gestartet, so als ob man tatsächlich das Ziel verfolgen würde, hier also Deutschland im Eilverfahren zu einer Art Multikulti-Staat umzubauen. Jetzt auch noch mit Steuerrabatten für Migranten. Ich habe mir dann überlegt, warum machen sie das, Steuerrabatte für Ausländer? Das ist ja dann auch eine Diskriminierung für Nicht-Ausländer. Also als Deutscher kommen sie da gewissermassen schlechter weg. Ich habe es besprochen mit ein paar Kollegen und die haben mir gesagt, ja vielleicht machen die das, weil in Deutschland ja sowieso jeder Migrant, der die Grenze überschreitet, mehr oder weniger automatisch im Sozialstaat landet. Und vielleicht wird durch einen Steuerrabatt hier irgendetwas aufgefangen in den labyrinthischen Gängen der deutschen Sozialindustrie. Ich kann Ihnen ehrlich gesagt nicht sagen, was dahinter steckt, aber es ist schon speziell provozieren, könnte man sagen, dass nun also die Migranten angesichts ja doch der allmählich etwas massenzuwanderungskritischen Stimmung in Deutschland, dass man hier jetzt noch einen draufsetzt, so als ob die Regierung sich null und gar nicht darum kümmern würde, als ob ihnen das vollständig egal sei, was da an Skepsis in der deutschen Bevölkerung grummelt, nicht nur grummelt, sondern auch in Wahlergebnissen zum Ausdruck kommt. Die futieren sich darum in Ampel, die machen einfach das, was sie wollen. Das ist der Anschein, den man hier gewinnen kann, so frei nach dem Motto der Aussenministerin Annalena Baerbock, ich ziehe mir eine Politik auch durch, wenn es einer Mehrheit der Deutschen nicht passt. Frankreich sucht einen Versöhner. Ja, man hat ja unglaublich gejubelt jetzt über den Sieg dieses Linksbündnisses von Armin Laschet bis Karl Lauterbach. Lagen Sie sich in den Armen, dass da nicht diese fürchterliche Marine Le Pen gesiegt hat. Nun, ich würde den Deutschen empfehlen, einmal etwas in den Schriften des Wahlsiegers Mélenchon, das ist ja der Chef dieses ziemlich weit links stehenden Front Populaire, dieser Linksbewegung. Mal schauen, was der so alles über Deutschland geschrieben hat. Und das ist also nichts für schwache Nerven. Das ist jetzt also wirklich ein Deutschlandskeptiker, ist also massiv übertrieben. Das ist schon fast ein Deutschlandhasser, was der über die Deutschen da alles schon an Invektiven und an Verunglimpfungen publiziert hat, sogar in Buchform. Also das hat sich gewaschen und da könnten also viele deutsche Politiker, die jetzt gejubelt haben, noch etwas auf die Welt kommen. Aber vielleicht gefällt Ihnen das ja auch. Vielleicht haben Sie in Berlin mittlerweile Politiker, die es ganz gut finden, wenn Deutschland aus dem Ausland auf diese Art und Weise zusammengestaucht, ja beleidigt wird, wie es dieser Mélenchon in zahlreichen Büchern und Publikationen und Äusserungen vorgeführt hat. Weisses Haus dementiert Gerüchte über Bidens Gesundheit. Ja, Joe Biden will sich nicht zurückziehen. Und das ist ein interessantes Phänomen. Ich habe ja beim Anblick des Fernsehduells auf Anhieb nicht diese desaströsen Anwandlungen gehabt, wie das dann in den Medien kultiviert wurde. Ich habe fast etwas das Gefühl bekommen, dass man in den Medien nun die Fragilität des Bidenschen Alters hochschreibt, fast zwanghaft noch übersteigert. Ich hatte eigentlich einen schlimmeren Auftritt erwartet, aufgrund bestimmter Fernsehbilder und Dinge, die man ja schon länger wissen konnte. Aber jetzt irgendwie die Medien scheinen erpicht zu sein oder fast die Hyänen fallen sie über ihn her, während er selber da nicht gehen möchte. Für die Demokraten ist das Ganze, ich habe das gestern, ich weiss nicht, ob ich es in der deutschen oder in der schweizerischen Ausgabe gesagt habe, für die Demokraten ist das Ganze ein Watergate, meine Damen und Herren. Ein Watergate der Glaubwürdigkeit durch Auslassung, durch Täuschung, durch Nichterwähnung hat man im Grunde den Amerikanern, aber auch der Welt vorgegaukelt, dass man einen Präsidenten habe, der topfit ist. Und das ist Joe Biden sicher nicht. Muss er auch nicht sein mit 81 Jahren. Aber die Aussetzer, offensichtlich gab es jetzt schon wieder einen bei einem Radiointerview, die sind dermassen offensichtlich, wer das sehen wollte, der konnte das schon lange sehen. Darum stimmt mit dieser jetzt einvernehmlichen, kollektiven Herdenempörung und diesem Entsetzen, diesem fast schon etwas fabriziert wirkenden Entsetzen, also da kann etwas auch nicht so ganz stimmen. Wird Frankreich jetzt trampistisch? Ja, eben nach den Jubelhymnen jetzt plötzlich doch der eine oder andere Zweifel, der da auftaucht. Ist die verbreitete Angst vor Falschinformationen überzogen, fragt heute Morgen die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Das ist sie. Meine Antwort zweifellos. Da müssen wir aufpassen, dass mit dem Begriff Desinformation nicht Desinformation betrieben wird. Denn das, was die Behörden heute als Desinformation beschreiben, sind oftmals einfach andere Meinungen und andere Einschätzungen als die, die von Regierungsseite abgegeben werden. Und der demokratische Charakter einer Gesellschaft bemisst sich auch darin, wie frei der Fluss der Informationen ist. Und in der Demokratie können Sie nicht ein Wahrheitsministerium, ein staatliches, einziehen und sich da sozusagen zum Gralshüter der wahren Informationen gegen die Desinformation erklären. Wenn Sie das machen, dann sind Sie natürlich auf der schiefen Ebene von Diktaturen, auch von totalitären Staaten, wie man das in der Vergangenheit zum Teil hat erleben können. Dann der Präsident des Deutschen Chemieverbands schlägt Alarm. Das Geschäftsmodell ist hierzulande tot. Er warnt vor Firmenabzügen und weiteren Verdüsterungen an der Konjunkturfront in Deutschlands Industrie. Man sticht mit Messer am Stuttgarter Bahnhof zu. Das ist eine der schrecklich alltäglich gewordenen Meldungen, die wir hören und lesen in den Medien. Allerdings ist hier nichts über die Herkunft oder über den Migrationshintergrund, den Allfälligen des Täters bekannt geworden. Man hatte schon fast reflexhaft diese Assoziation drin, woher kommt jetzt der. Dann ein grosses Interview mit Viktor Orban durch Paul Ronsheimer in der Bild-Zeitung, aufgegriffen natürlich in den anderen Springer-Medien. Mit Angela Merkel wäre es nie zu einer Invasion Russlands gekommen, sagt der ungarische Ministerpräsident. Und die Welt hier mit einem doch interessanten, sagen wir mal etwas versöhnlichen Kommentar. Viktor Orban hat eine Chance verdient. Damit hebt sich die Welt ab, aus meiner Sicht wohltuend von der kollektiven Häme anderer Zeitung. Interessant ist, dass die AfD, die Alternative für Deutschland in den deutschen Medien, natürlich auch sehr einseitig und sehr negativ beschrieben wird. Und es ist deshalb die Pflicht auch von Journalisten aus dem Ausland, die nicht so direkt im Getöse der deutschen Innenpolitik stehen und sich da auch nicht deshalb dem Verdacht aussetzen, irgendwelche Eisen im Feuer zu haben für diesen oder für jenen. Wir haben ja im Grunde damit nichts zu tun. Aber der Vorteil ist, dass man das Ganze mit einer gewissen Distanz anschauen kann und eben nicht so in den Schützengräben der Innenpolitik sich da verkeilt und aufreibt. Und das ist schon etwas, was Sie im Grunde jeden Tag lesen können und hören, dass eben die Demokratie in Gefahr sei durch die AfD. Die AfD sei antidemokratisch. Und da würde ich auch ganz grosse Zweifel setzen von dem, was ich kenne, was ich lese. Mir scheint der Vorwurf geradezu lächerlich zu sein, wenn man etwas die Fakten ernst nimmt. Ich habe eben als Anlass wieder solcher Berichterstattung mal mir das Wahlprogramm angeschaut, das Wahlkampfprogramm, mit dem die AfD bei den letzten Ausmachungen eingestiegen ist. Und da gibt es das Kapitel Demokratie und Rechtsstaat. Und ich habe mich gefragt, okay, antidemokratisch, da muss ja irgendetwas im Parteiprogramm drin sein, wenn man diesen Vorwurf, diesen schwerwiegenden Vorwurf erhebt. Und ich habe mir dann die entsprechenden Kapitel ausgedruckt und gelesen. Ich bringe Ihnen hier mal die Inhaltsübersicht zum Kapitel Demokratie und Rechtsstaat. Also das sind auf den Seiten 12 bis 19 die entscheidenden Passagen, die sich mit diesem Thema Demokratie und eben Rechtsstaat auseinandersetzen. Und zwar unter folgenden Titeln. Das Volk ist der Souverän. Volksabstimmungen nach Schweizer Modell. Die Gewaltenteilung gewährleisten. Entpolitisierung der Justiz. Verfassungsschutz reformieren. Trennung von Amt und Mandat. Und Kampf der Ämterpatronage. Dem sagen wir Pöstchenjägerei in der Schweiz. Kampf der Pöstchenjägerei. Macht der Parteien beschränken. Freie Listenwahl und freies Mandat. Verkleinerung der Parlamente. Berufspolitikertum. Mandats- und Amtszeiten begrenzen. Lobbyismus eindämmen. Meine Damen und Herren, ich frage Sie, welcher dieser Titel lässt nun den Verdacht aufkommen oder gar rechtfertigen, dass hier antidemokratische Postulate aufgestellt werden? Das ist doch eigentlich eine Ungeheuerlichkeit. Eine Partei, die so etwas darlegt, undemokratisches Handeln oder undemokratische Gesinnungen zu unterstellen. Man müsste dann ja belegen, was man damit meint. Vielleicht gibt es solche Belege. Vielleicht haben Sie solche schon gesehen. Mir sind sie nicht bekannt. Zum Beispiel das Kapitel Volksabstimmungen nach Schweizer Modell. Gut, vielleicht empfindet der deutsche Verfassungsschutz eine Volksabstimmung nach Schweizer Modell als verfassungsfeindlich. Aber da könnte man auch sagen, dass eine Migrationspolitik, die ganz gezielt zulässt, dass 99,5% aller Zugewanderten unter dem Titel Asyl ins Land kommen, obwohl sie gar keinen Asylanspruch haben. Wenn die Behörden das tolerieren, wäre das ja auch verfassungsfeindlich, weil im deutschen Grundgesetz, Artikel 16, ja eben dieses Asylgesetz, das laufend ausser Kraft gesetzt oder nicht ernst genommen wird durch die Politiker, mit Füssen getreten wird. Ja, ist es das verfassungsfeindlich? Oder wenn Sie in einem Wahlprogramm schreiben, wir möchten Volksabstimmungen nach Schweizer Modell, direkte Demokratie, das ist ja sozusagen überdemokratisch, verglichen mit dem, was Sie jetzt in Deutschland haben. Wo ist da die Undemokratie? Macht der Parteien beschränken? Da habe ich mir darüber geschrieben, Karl Jaspers, der bedeutende Philosoph, hoch angesehen in Deutschland, eine der ganz grossen Gestalten des 20. Jahrhunderts in der deutschen Geistesgeschichte, der hat das auch gefordert. Wohin treibt die Bundesrepublik 1965, 1966? Macht der Parteien beschränken? Ja, haben Sie denn eigentlich eine Parteienoligarchie in Deutschland, dass diese Parteien sagen, wenn einer unsere Macht beschränken will, dann sei das antidemokratisch? Meine Damen und Herren, Leute, die das sagen, die reden von der Demokratie, aber die meinen offenbar sich selber. Also dies ein paar schnelle Gedanken zum Thema Demokratie und AfD. Der Sport wird immer mehr politisiert. Ich habe gestern über diese Wolfsgeste gesprochen. Ja, da ist interessant, ist das ein patriotisches Symbol oder eben ist das schon endgültig verseucht und toxisch durch den Missbrauch durch Rechtsextreme? Darf man ein patriotisches Symbol machen an einem Fussballturnier wie dieser türkische Nationalspieler oder geht das schon zu weit? Für mich ist das noch in Ordnung, wenn man gewissermassen mit einem Schweizer Kreuz oder mit einer Schweizer Fahne, mit der Schweizer Nationalhymne auftritt und vielleicht auch, das haben wir jetzt nicht, ein schweizerisches Handzeichen machen würde, ist kein Problem. Das Problem fängt für mich dort an, wo man anfängt, tagespolitische Anliegen in die Arena zu tragen, sei das diese Regenbogensache, aber zum Beispiel auch Kriege, Auseinandersetzungen, politische Streitereien, Gebietsdingen, oder wenn einer auf dem Fussballplatz für geringere Steuern plädieren würde, so sehr mir das Anliegen sympathisch ist, ist der falsche Ansatz, ist das falsche Podium. Dann gab es noch Aufregung im Aussenministerium der Bundesrepublik, weil Annalena Baerbock kurzfristig ausgeladen wurde vom ungarischen Amtskollegen Siarto. Es gab da wilde Spekulationen in den Medien. Sie haben gesagt, typisch wieder diese Ungarn, ein Affront, ein diplomatischer Affront. Jetzt kleinlaut muss zugegeben werden, aha, Orban ist mit Siarto, dem Aussenminister, nach Peking geflogen, kurzfristig. Deshalb mussten sie das Treffen absagen. Also, gemach, gemach, nicht immer gleich sprungbereit auf der grössten Eskalationsstufe sich aufregen. Ja, ich kann mit diesem Motto eigentlich gleich schliessen. Man sollte sich so wenig wie möglich aufregen. Das versuche ich auch immer wieder umzusetzen, dem nachzuleben. Ihnen wünsche ich jetzt einen wunderschönen Tag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und bis spät. Ich freue mich, aufs Wiedersehen, vielleicht spätestens dann morgen früh. Wir sind ja mittlerweile über 280.000 Abonnenten stark. Auf YouTube allein 281.000, da sind wir sozusagen vor dem Marschplan. wenn wir bis Ende Jahr da die 300.000 Marke die Schallmauer knacken würden. Mein Gott, was wäre das für eine Höhe, die da erreicht würde. Hätte ich mir nie träumen lassen. Vielen herzlichen Dank für Ihr Vertrauen. Seien Sie versichert. Ich werde alles daran setzen, dieses Vertrauen nicht zu enttäuschen. Und jeden Morgen hoffentlich interessant und relevant, aber eben auch zuversichtlich zu sein, damit man in diesem zum Teil ja etwas niederschmetternden Nachrichtengeröll nicht trübsinnig in den Tag starten muss. Und wir müssen uns ja mit diesen Dingen auseinandersetzen. Man kann ja nicht einfach den Kopf in den Sand stecken. So, jetzt aber fertig. Danke, tschüss, bis bald.